Die Bayern schwitzen in Katar. Die Weichen für ein weiteres Rekordjahr werden gestellt. Nach dem Trippelgewinn und dem Sieg bei der Klub-WM in Marokko strebt der deutsche Rekordmeister weiter nach dem Höchsten und setzt dabei voll auf Bastian Schweinsteiger und Arjen Robben. Derzeit noch im Einzeltraining arbeiten die Stars an ihrem Comeback. Trainer Pep Guardiola sehnt die Rückkehr seiner Stars herbei. Bei Arjen Robben kommt der Coach richtig ins Schwärmen. Der 29-jährige Niederländer befindet sich nach seiner Knieverletzung im Aufbautraining. Aber auch die Anwesenheit von Bastian Schweinsteiger sorgt für große Erleichterungen beim Trainer. Für mich persönlich ist es sehr wichtig für mich, der zweite Kapitän hier zu sein, mit uns zu sein. Der Nationalspieler, für Guardiola ist er unverzichtbar. Umso mehr fiebert der 42-jährige Schweinsteiger's Comeback entgegen. Wir haben drei Wochen bevor das erste offizielle Spiel gegen Moschek-Lagbak. Und ich hoffe, dass sie jeden Tag ein bisschen besser, ein bisschen besser, ein bisschen besser. Soweit wie möglich kann sie mit uns zurückkommen. Die Bayern arbeiten jetzt schon an der Rückrunde. Der Trainer hat noch einiges vor. In der Rückrunde. Und wir müssen alles weiter. Nicht nur physisch. Physisch ohne Taktik ist nichts. Aber physisch ohne Ball ist nichts. Wir probieren, trainieren, alles. Das ist Siegermentalität. Immer mehr wollen, sich immer verbessern wollen. Die Bayern, sie sind heiß. Auf ein weiteres Rekordjahr.